Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2020 und zwar online im MyClub zusammen mit dem Mike. Hi, Mike Club, gleicher Joke nochmal. Uns hat die letzte Folge richtig viel Spaß gemacht, vor allem, dass man diesen Koop-Modus zusammen mit den zusammen gemixten Mannschaften und so machen konnte, also das war mega cool. Und wir wollen einfach in dieser Folge nochmal was machen und wir können auf jeden Fall auch nochmal abstimmen, ob wir das Ganze fortführen sollen. Wir haben nämlich gerade ziemlich viel Spaß daran und wollen das mit euch einfach mal zusammen ausprobieren, weil wir haben beide vorher noch nie bei MyClub zusammen gespielt, also generell, wir haben noch nie bei MyClub gespielt und wir sind positiv überrascht. Ja, das ist echt geil, also es hat echt viel Spaß gemacht, letzte Folge, ähm, die Folge wird jetzt auch nochmal, wir werden ein Spiel gegeneinander machen und wieder eins zusammen. Auf meinem Kanal gibt es noch ein paar kleine, äh, Spieler-Openings, also diese Agenten-Pack-V-Pack-Openings quasi, ähm, schaut auf jeden Fall bei dem jeweils anderen Kanal vorbei. Viel Spaß und, äh, schreibt uns in die Kommentare, was wir in diesem MyClub oder allgemein in PES noch machen können und dann würde ich sagen, let's go. So, okay, dann, äh, starten wir hier mal rein, der Jan muss jetzt hier ganz entspannt warten oder ganz gespannt, keine Ahnung, ähm, wir haben noch acht solcher Premium-Agenten-Packs, ähm, und die werde ich... Meine Folge ist zu Ende. Geh, Leute, ciao. Die werde ich mir jetzt eine nach dem anderen gönnen, MyClub, hier, das geile Logo und das erste ist Italien. Goldener Ball, geht in Ordnung, kann man auf jeden Fall machen, den Verein kenne ich gar nicht, Berardi, noch nie gehört. Okay, wir machen direkt weiter. Ich bräuchte einen geilen Torwart und linker Flügel, rechter Flügel nochmal ein bisschen was, beziehungsweise Mittelfeld, das ist ja nicht Flügel. Okay, was ist das denn jetzt, Brasilien, okay. Ah, silberner Ball, lol, ist ja so schlecht. Bisher ist es ja so semi, diese Ausbeutung. Ah, lol, aber die anderen Typen, die haben auch eine Vertragsdauer. So, wir schauen mal kurz rein, es ist wieder ein silberner Ball. Ja, lass mich doch hier kommentieren, du Idiot. Nein, ich wollte sagen, dass sie eine Vertragsdauer haben. Dann musst du halt Vertrag verlängern, ich habe gerade einen 36-Jährigen bekommen, dann muss ich gar nichts mehr verlängern, der ist schon raus. Ich fände es auch gut, wenn du dir einen neuen guten Spieler wenigstens kaufst, dann könnten wir den, wenn wir zusammen spielen, dann so gut verwenden. Und wenn wir gegeneinander spielen, dass du dann auch irgendeinen Spieler dann machen. Mann, ich ziehe nur Scheiße, was ist das? Irgendein Türke, Junge. Ja, du darfst mal hin, was ziehen, ich darf gar nicht ziehen. Was ein Idiot. Warte, ich gehe noch mal raus und noch mal rein, vielleicht bringt das was, das ist die Taktik. So, jetzt nochmal. Und jetzt, ey, wenn das etwas Gutes ist, dann war es die Taktik, Leute, das ist kein Zufall bestimmt. Man könnte es auch überspringen, aber ich finde die Animation eigentlich ziemlich, ziemlich fresh. Okay, es ist Spanien, da gibt es eigentlich nicht so geile Spiele. Doch, es ist ein schwarzer Ball, das war so die Taktik. Es ist... Luis Suárez. Als ob ich gerade Suárez gezogen habe. 91er Luis Suárez. Der Sorg 32, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, das ist egal. Als ob. 91er Suárez. Ich habe ja 91er Lewandowski oder so, aber der ist ja nur Leibspieler. Hat der überhaupt eine 91? Ich bin mir sicher. Okay, wieder Spanien. Nochmal Suárez. Ne, Silberner Ball. Warte, ich muss gleich nochmal rausgehen. Oh, Silberner Ball. Ich habe nur ein Bronze. Ich bin nicht rausgegangen. Kein einzigen Silberspieler. Ich bin nicht rausgegangen. Im letzten Pack muss ich nochmal rausgehen. Gott, was ist das denn? In Russland oder was war das gerade? Ist auf jeden Fall nur ein Silberner Ball. So Leute, und damit haben wir nur noch einen Premium Agenten und dafür gehen wir nochmal raus und sogar nochmal raus. Dieses Mal sogar zweimal raus und gehen dann wieder rein in den Agenten und dann wieder Spezial Agenten und dann Premium Agenten. Und jetzt, wenn es wieder ein Black Ball ist, Junge. Okay, England ist schon mal gut. Es ist ein schwarzer Ball. Wals! Junge, was ein Lack! Ah, ja, ja, kann man machen. Okay, es ist nur ein schwarzer Ball. Es ist Kyle Walker. Also, es gibt bessere, aber ich finde es lustig. Was hat er für eine Bewertung? 85. Ja, nur nur 85. Ja, es gibt echt bessere, aber das ist schon mein dritter schwarzer Ball, die ich gezogen habe. Also, nicht Leihspieler. Ich liebe dieses Mike Club. Ich hasse dieses Mike Club. Okay. So, wir spielen in der Allianz Arena. FC Mike Army gegen Wolfsburg. Topian, sehr gut. Man kann den Namen sogar nachträglich noch ändern. Was ich noch nicht weiß, ob man die Rückennummern ändern kann. Das wäre mal interessant. Das würde ich vielleicht auch mal machen. Würde ich jedem eine 12 geben. Ja, das würde ich tatsächlich auch mal machen, wenn man die irgendwie ändern kann. Also, natürlich nicht jedem die gleiche. Voll dummer. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor Wolfsburg. Ja, vor dem wusste ich gar nicht, aber vor mir. Oh, scheiße. Oh, was? Oh, was? Oh, neunte Spielminute. Ich kenne den gar nicht. Goeius. Oh, mein Gott. Das finde ich jetzt so frech. Ja, weiß ich. Lol. Lol. Was? Yes. So, so gut, dass ich rausgespielt habe. 19. Spielminute. 2-0. Ey, wie kann ich dich verarschen. Vor allem, weil der abgeprallt ist und deiner hat die Reaktion des Todes gehabt und hat einfach noch einen Kopfball hinterher geschoben. Ja, weil ich das gedrückt habe. Schmeckt das? Nee, eigentlich nicht. Oh, Mann, ey. Ich dachte, ich wäre gut. Wann denn genau, oder? Hey, ich habe kein GP-Dingens bekommen für 10 erfolgreiche Pässe. Ich habe in zwei Pässe-Spielen nicht mal 10 Pässe angehört. Oh, fuck. Ich kann nicht mehr. Was ist die Ablenkung? Das ist die Ablenkung. Ja, das ist schon echt traurig in zwei Spielen, 10 Pässe. Nein. Jetzt, das war so schön. Was genau? Das Tor. Alter, schon zum zweiten Mal, Fausten. Leck mich. Langsam spielst du dich ein, aber. Ja, ich merke schon, dass es jetzt ist das Tor. Da gibt es auch ein paar Chancen zu jetzt. Alter. Faul. Komm schon, du. Mann. Das gibt es nicht. Komm jetzt. Ecke. 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 Nein, kann man nicht, aber du kannst nur fünfmal schnell wechseln. Ja, egal. Dies. Oh. 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 Es gibt doch schon die Heilschaft. Das habe ich nicht bemerkt. Das sah so aus, als würde ich jetzt weiter spielen. Ecke geht richtig hinterher. Scheiße, ey. So ein Kack. Ja, muss man ein bisschen mehr aufs Tor schießen. Hey, Junge. Ja, ihr habt da zweimal Pfosten, die zählen nicht aufs Tor, das ist nervig. Nice, direkt dir gepasst. Und ich komme nicht mehr dran zur Gretsche. Oh nein, das muss es 3-0 sein. Ja, bei mir so zehn Schüsse an den Pfosten. Ja, ja, mach doch mal was. Und jetzt, Luis, fucking Suarez. Ich möchte mal nochmal anmerken, dass ich weiße Bälle habe als Spieler. Haha, ich die Bälle. Oh, es ist eher nur schwarz. Nein, nur schwarz. Ich habe zwei schwarze, ja. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Und wie viele goldene und silberne? Jetzt aber, leck mich doch am Hoden. Ohne schwarz. Nee, das ist aber nicht. Diese ganzen Beleidungen, tun mir leid, Leute, aber es nervt, ey. So viele Schüsse, endlich hochverdient. Überfällig längst. Ja, meine Mannschaft wird schwächer. Und da sieht man jetzt deine guten Spieler jetzt. Ja, genau da. Fuck, nein. Der Torwart war zu weit draußen. 600 Punkte. Der Torwart war zu weit draußen. 3-0. Leck 3-0. Leck mich, Mann. Was war das? Ich habe nichts gedrückt und er hat ihn einfach wieder verstolpert. Digger, guck dir die Ballannahme an! Du musst auch sprinten wahrscheinlich. Hab ich. Mann, ich trau euch. Ich trau euch so ohne Müll. Das war so viel Spaß. Ja, ich weiß. Jetzt. Jawohl. Nein, abseits. So viel Spaß. Yes. Suarez. Ja. Suarez. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Fick. Komm jetzt. Ja, ein Tor. Das wäre lustig. Das wäre verdient. So, meinst du, es ist drin jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, das Falsche gedrückt. Fuck. Komm, jetzt setzt nach. Oh, wieder ein Pfosten. Aber der Torwart war auch noch dran. Ah, der Koffer war aber diesmal gut. Keine Ahnung, was drücken muss. Ja, das ist doch gut so. Fuck. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Oh. Ja, GZ zum Sieg. Noch ein Tor, sag ich. Für dich. Ja, ich kann nichts mehr machen. War schon aber klar. Sobald das Abseits kam, war schon offensichtlich. Oh, nein. Schade. Schade. Oh, das hat mich so motiviert, dass du noch gesagt hast. Ja, dann warst du jetzt noch ein Tor. Aber es war ein schönes Spiel. Also, ich habe dir noch zwei Tore gelassen, aber... Ich weiß nicht. Eigentlich werden 3-3 verdienen. Ich bin schon ein bisschen sad. Nee, ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem. 14 Schüsse, 8 aufs Tor. Einen Schuss hatte ich sogar mehr aufs Tor als du. Und einen Schuss allgemein mehr. Und ein Tor weniger. Hätte ich mehr draus machen können. Aber war trotzdem ein cooles Spiel. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein Spiel together zusammen. Alter. Alter. Okay, Leute. Also, einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Ich habe jetzt quasi die Aufstellung, weil ich ja die Leihspieler vorhin rausgepackt habe. Ich habe die jetzt nicht wieder mit rein. Und deswegen sagt mir jetzt Pest, dass ich die nicht verwenden kann. Aber ich habe trotzdem ein geiles Team. Also, von daher. So, Leute, dann starten wir rein. Ich bin wieder Yellow. Yellow, Yellow Farbe bin ich wieder. Ich bin wieder Green. Green, ja. Das Grün sieht man voll schlecht beim Controller. Ich habe, wie ihr schon gekriegt habt, ein kleines Rauschen. Oder ein größeres. Kommt drauf an. Manchmal größer, manchmal kleiner. Aber das Rauschen ist auch im Kopf. Das liegt an meinem Mischpult. Da ist irgendwie das Kabel schon seit längerer Zeit ein bisschen am Wackeln. Aber in letzter Zeit ging es eigentlich. Und deswegen habe ich da nichts mehr dran gearbeitet. Boah. Dieses Spiel machen wir jetzt noch so. Und danach nehmen wir sowieso nichts mehr auf. Und dann werde ich da noch ein bisschen dran arbeiten, dass es wieder passt. Cool, wie das gerade spielen. Und jetzt der Schuss. Ja, der ist drin. Yes. Jawoll. Rauschen ist am Start. Knack, knack. 34. Minute. 1-0. No, ich kann Emojis machen. Was? Hä, was? No. Wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwas gedrückt, warte, ich probiere es gleich nochmal aus, wenn wir ein bisschen Luft haben. Erstmal bitte kein Tor. Ja, eben. So geil. So, wir sind wieder im Spiel. Und der ist noch besser. Und jetzt der Schuss. Und dann zu. Oh, nein. Wieso? Oh, mein Gott. Wenn du beide linke Schultertasten reinrückst, dann kloppt so ein Fenster auf, dann kannst du mit dem rechten Stich. Ja. 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 Sehen das auch die anderen, ist die Frage. Wahrscheinlich schon. Was ist das so beknackt? Die werden sich echt denken, wir sind wir. Dein Mikrofon ist beknackt. Echt? Ist das wieder so schlimm? Oder meinst du jetzt nur allgemein? Nicht schlimm, nein, nur allgemein als witzig, weil das ist gerade zugepastet. Fast. Oh. Du hast ja gerade so lange gewartet, dann kannst du aber auch abspielen. Oh, da unten ist ja viel Platz. Ja, hab ich dir nicht freigelaufen. Ja. Oh, das wollte ich. Da hab ich auch ein Tor gemacht. Wooo, Party. Endlich. Dafür müsst ihr eigentlich schon zwei Stufen aufsteigen. Mindestens wir beide zusammen. Das sind ja dann schon vier. Oh, hier. Oh, da kann man auch so hoch. 2-0. 2-0. Stimmt, da habe ich gar nicht gesagt. Nix gibt's was, als ich dachte, ich wäre dran. LOL. Abseits. Der Christiano, mit der Nummer 10. Das war richtig schlecht von dir. Das aber nicht. Doch, Elfmeter. Alter. Wie ist das denn, hier hat es wie so grätscht du die ganze Zeit. Hat er nicht schon gelb? Weiß ich nicht. Er drückt weg. Ich weiß auch nicht, ob der G-Patton macht. Ja, den halte ich. Scheiße. Okay, ich sag dir die Ecke. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Stigma ich bin. Ich würde sagen, links. Ja, ja. Hab ich geholfen, du. Richtig. Ja, weißt du, ich hab den entweder nur verursacht, damit du jetzt mehr Punkte bekommst. Ja, weiß ich denn. Ja, genau. Ich bin so ein Fieber. Ah, schieß ins Tor das nächste Mal? Mann, ey, das ist, wenn wir ein Video machen, kämme ich nichts gerade, ey. Oh, jetzt du. Okay, welche Taktik? Doppeldings, D-Zug, ja, Doppeldings. Oh, das ist so eine gute Taktik. Ja, du kannst es halt nicht so gut. Oh, ich hab's. Ja, nein, nein. Gar kein Glück. Kein. Du hast an den Taktik gedacht. Ja, eben. Ja, hab ich doch gesagt, Leute. Ja, war mein Können, dachte ich. Dachtest du ja. Alter, spiel doch dem oben. Das war so schlecht fokussiert von mir. Oh, nochmal. Ach, abseits, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann mach ich ihn auf jeden Fall nicht. Alter, das war kein Abfall. Ohne Spaß. Jedes Mal hab ich ihn jetzt angeschossen. Jetzt dachte ich, jetzt lupf's ihn drüber. Lupf ich ihn übersorgen. Alter. Wir müssen schon 5-0 führen oder so. Wenn man mich im Team hat. Ich bin Bayern 2.0. Ich vergebe alle meine Großchancen. Gleich nochmal foulen. Leuch, ich hab einen eigenen Spieler gemacht. Mann. Oh, oh. Oh, oh. Da ist keiner. Oh, da ist einer. Was? Da dachte ich, da ist keiner. Doch, ich hab's aber müssen. Soll ich zu dir spielen? Nein, nee, nee. Ich hab extra gefragt, aber... Ja, ich weiß, aber... Du warst schon... Ja, ich weiß. Ich war so langsam, keine Ausdauer mehr. Ich weiß, ja, die Taktik macht jetzt aber noch ein Tor. Probier mal mit dem Spieler, sobald ich geschossen hab, Richtung kurzer Pfosten zu rennen. Ja. Ja. Kurzer Pfosten, oder? Weißt du, wo der ist? Probier mal die Taktik, kurzzer Pfosten zu rennen und ich... ...flag auf, lang, wie geil. Jetzt, die kommt besser. Nein, nee, nee. Damit ich extra kein Tor mache. Er will dich nicht können. Genau so war alles geplant. Oh, da muss man so grätschen jetzt sein. Die dürfen kein Tor machen in diesem Spiel. Der hat das schon geil. Und der hat ihm einfach keine Karte gegeben. Ja doch, er hat doch. Ich dachte, er... Aber ist ja dein Spieler, also von denen. Ja, macht eh nichts. Jetzt machen wir noch ein Tor, okay. Vielleicht nicht. Alter, ich bin bester Spieler. Ja, oh, 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 oh. So verdienen natürlich. Nur wegen der abgefälschten Eckball. Natürlich. Ja, ganz klar. So Leute, das war's von einer weiteren Folge. My Club mit Mike und mir. Es hat uns auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob euch das gefällt und ob wir noch mehr davon sehen wollen. Weil da machen wir noch mal. Uns gefällt das vor allem in dieser Kurven, wo das regt, richtig gut. Äh, ich muss nur schauen, da muss ich meine Mannschaft auch mal ein bisschen verbessern. Aber wir sehen uns jetzt eigentlich mal mit den meisten Spielern von Mike und das klappt auch ganz gut. Äh, müssen wir mal gucken, ob man sich da auch irgendwie nach oben arbeiten kann in irgendeiner Weise auch noch. Und noch krasser werden kann. E-Sport, ja. Äh, und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und mein Mikrofon wird bis zum nächsten Mal gefixt. Hoffentlich. Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns beide abonnieren. Natürlich auch in der Infokarte, der jeweils andere verlinkt. Schaut da vorbei. Haut rein. Schau. Ciao, ciao. H-U-H-U-H-U-H-U-H-U-H-U-H Untertitelung des ZDF, 2020